Eine Mehrwert auch fürs Team, für alle, die mit Menschen mit Behinderungen zu tun haben, weil sich da einfach in den Köpfen auch was bewegt. Und da haben wir damals die Unternehmensdiologie gemeinsam initiiert und aufgebaut. Michi Picher ist ein Jahr später dazugekommen, wir dann auch noch zu anderen Bereichen. Wir haben uns überlegt, wie kann man die Idee noch stärker zu den Unternehmern haben. Und dann sind wir drauf gekommen, es gibt eigentlich den Wirtschaftspreis, schlecht gegen den ALC, seit über 20 Jahren in Österreich. Ostschön mit dem Kampagne, der war früher vom Wirtschaftsblatt, jetzt esse. Und der wird in jedem Punkt gesammelt. Um Selbstwertgefühl selber, ein Einkommen zu erwirtschaften, einerseits für Menschen mit Behinderungen sehr wichtig ist, aber für die Gesellschaft auch so wichtig ist, weil Menschen mit Behinderungen können einen Wert von Beitrag leisten. Wir haben auch so eine schöne Erfahrung und sie haben so ein Gaudi gehabt in der Backstelle und das war einfach super. Das ist eine Übergabe, dieses schönen Frühstück. Ja, danke. Mit herzlichen Dank für ein tolles, tolles Sonnenspiel. Ja, danke sehr. Wir freuen uns sehr, dass wir die Übergabe jetzt vornehmen dürfen. Herzlichen Glückwunsch und Herzlichen Glückwunsch und weiter alles Gute. Wir betreten. Ja, danke. Wir machen das wirklich. Für uns ist das selbstverständlich, dass wir das gut haben. Sehr schön.